hallo ihr lieben heute ist es wieder soweit wir öffnen wieder ein türchen für euch und zwar habe ich mir gedacht mit näher zusammen er macht den vertrieb für scambaro pasta scambaro in deutschland und schaut mal hier was in er euch zur verfügung stellt und zwar richtig richtig geile pasta pasta scambaro pasta geht immer und zwar pasta scambaro kommt aus venezien eine mega geile pasta und die möchte ich euch heute mit näher zusammen schenken und zwar spaghetti penne und was haben wir noch verfallen schicke ich euch zu oder ihr holz ab also pasta 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 ciao